Und weiter geht's. Oh, jetzt habe ich glatt das Hallihallo vergessen. So, wir sind im 8. Steht hier gerade nirgends. Ähm, der Pustepilz, der Sonnenpilz, der Steinkpilz, den Grabfresser, den Hypnopilz, den Angstrasenpilz. Ja, nehmen wir jetzt eine Walnuss, um uns zu verteidigen, oder eine Kirsch. Wir nehmen die Walnuss zur Verteidigung, sicherheitshalber. Haben eine Menge Gräber, heißt Gegner, und beginnen unsere Sonnenpilze zu pflanzen. Ja, Angstrasenpilze sind ziemlich billig. Fällt mir auf. Also müssen sie ja, ja, wahrscheinlich ist diese Schwachstelle von ihnen, dass sie sich immer zurückziehen, wenn ein Feind in die Nähe kommt. Stark genug, um diesen billigen Preis wieder wegzumachen oder so. Wahrscheinlich verstecken sie sich schon, wenn ein Zombie auf 5 Felder Entfernung oder näher da ist. Ja, ich werde, bevor ich sie ausprobiere, trotzdem jetzt erstmal meine Sonnenpilze voll ausbauen. Deswegen schaffe ich das auch mit dem Pustepilz. Ja, dass Zombies immer so langsam sein müssen. Gut, jetzt habe ich hier keinen Platz für den Grab, jetzt probiere ich doch mal einen Angstrasenpilz aus. Ja, der kann schon ziemlich weit schießen. Aha, wann versteckt er sich? Wann versteckt er sich? Ah, also zwei Felder dürfen dazwischen sein. Das ist schon mal sehr interessant. Jetzt kommen zwei gleichsleitig, dann brauchen wir unten noch einen weiteren Angstrasenpilz hin. Okay, man sieht, er kann auch nicht über das gesamte Feld schießen. Aber doch schon über 1, 2, 3, 4, 5 Felder. So, dann... Hier einen Pustepilz hin. Fahr, sammeln alle Sonnen. Mist. Ähm... Und auch hier einen Angstrasenpilz hin. Einen weiteren Pustepilz. Der erste Sonnenpilz ist groß geworden. Der zweite ist groß geworden. Ach, sie werden so schnell erwachsen. Hier kommt ein Angstrasenpilz hin. Fressen wir gleich das... Mh... Nächste Grab. Ein weiterer Angstrasenpilz. Und einen Pustepilz. Und Geld. Sonnen. Puh, ganz schön anstrengender Spielen. So, Geld. Sonnen. Dann tun wir hier einen Pustepilz wegsetzen. Verstänkepilz hin und einen weiteren Pustepilz davor. Mh... 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 Stinkpilz und ganz viele Sonnen, waaah! Fusterpilz und Geld und... Ich hab vorhin gar nicht aufgepasst, ob dieses Level auch Rugby-Spieler dran kommen. Und dann fressen wir ein weiteres Grab und schauen zu, wie Zombies verblubbert werden. Wir fressen noch ein Grab. So... Setzen wir eine weitere Reihe Pustepilze und Stinkpilze. Ich mag diese großen, dicken Stinkpilze. Die sehen irgendwie lustig aus. So... Könnten wir auch mal eine Reihe Walnüsse aufbauen. Fressen ein weiteres Grab. Wir setzen einen weiteren Pustepilz. Und... ... 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 Der mit meinen Pflanzen anrichtet, was er mit seinen Kollegen gerade angerichtet hat, ist mir das nicht geheuer und ich erhalte einen Eispilz. Er lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildstirm erstarren. Sehr schön. Oh, ein Tanzzombie. Ja, dieses Outfit und die Frisur ist natürlich jedem von uns vollkommen unbekannt. Ich möchte jetzt nicht genauer darauf eingehen, wen ich damit meine. Aber irgendwie macht er mir Angst, er hat mir in seinen Musikvideos immer schon ziemlich Angst gemacht und so heißt Zombie, weiß nicht. Das würde mich noch interessieren, aber ich glaube, das Spiel ist rausgekommen, bevor Michael Jackson, ja, ich habe den Namen gesagt, gestorben ist. Ansonsten wäre da schon irgendwie stark lustig. So, wir haben ein komplettes Blatt aus Pilzen, wenn man von dieser Kletterpflanze, sag ich jetzt mal, mal absieht. Okay, gespannt bin ich auf unseren Mr. Freeze. Wenn der alle mal kurzzeitig einfriert, ist das bestimmt nicht schlecht. So. Oben oder Mitte, oben oder Mitte, oben oder Mitte. Und um. Wah. Aber meine Pustepilzarmada steht standhaft. Oder so. An der kommt keiner vorbei. So, der erste Sonnenpilz ist gewachsen. Und der erste Michael Jackson Zombie, ja, ich setze lieber mal Hypno ein, weil der sieht gruselig aus. Okay, und einen Eispilz sicherheitshalber. Ah, ja, er friert alle gegnerischen Zombies wohlgemerkt. Einen, was irgendwie nicht so viel bringt, weil Michael Jackson einiges einsteckt. Aber schlussendlich doch, Todumfeld. Muhahaha. Oder so ähnliches. Ah, je. Einen weiteren Angsthasenpilz. Und wir beginnen die erste Reihe an Pustepilzen, wie im letzten Spiel auch, im letzten Level, durch Stinkpilze zu ersetzen und fressen die Gräber auf. Hier auch. Und hier auch. Je, schon fast 3000 Euro. Wenn man die mal so schnell zusammenkriegen würde, wie ich hier in dem Spiel. Und es ist schon die letzte Monsterwelle. So, wo kommt denn unser lieber Michael Jackson? Den hypnotisiere ich gleich mal. Nein, verdammt, das hat den falschen Witz standen. Muss ich jetzt schauen, dass ich... Boom. Alles wird auf mein Kommando. Ich hab diesmal gar nicht so viele Pilze hinbekommen. Das Level war ziemlich fix fertig. Sterbt doch, ihr Toten. So, und wir erhalten einen... Bösenpilz. Der gefällt mir allein schon vom Aussehen. Es ist ein Unheilspilz. Zerstört einen großen Bereich unter Hände. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und hinterlässt einen Krater. So, und haben wir zwei weitere Level geschafft und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.